Herzlich Willkommen bei Rockwell Automation. Mein Name ist Ludwig Haslauer, ich bin seit 35 Jahren im Unternehmen und seit 5 Jahren Geschäftsführer von Rockwell Automation in Österreich. Als im Jahr 1993 Rockwell Automation Sprecher und Schuh übernahm, dessen Geschichte in Österreich wiederum bis ins Jahr 1912 zurückreicht, wurde gleichzeitig die starke Marke Ellen Bradley eingeführt. Diese stellt neben Rockwell Software die aktuelle Marke von Rockwell Automation dar. Aktuell arbeiten in Österreich für Rockwell Automation 32 Mitarbeiter an zwei Niederlassungen. Zum einen in der Firmenzentrale in Linz, zum anderen am Verkaufsstützpunkt in Graz. Gemeinsam mit unserem Distributionspartner Rudigo, der wiederum mit einem 30 mitarbeiterstarken Team agiert, unterstützen wir unsere Kunden am österreichischen Markt bei deren täglichen Herausforderungen. Unter anderem durch lokalen technischen Support, lokale Lagerhaltung und hochspezialisierte technische Mitarbeiter. Als weltweit führender Anbieter von Systemen und Dienstleistungen zu Antriebs-, Steuerungen- und Informationstechnologien ist es unser vorrangiges Ziel, Ihnen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dies erreichen wir, indem unsere erfahrenen Mitarbeiter mit Ihnen gemeinsam Lösungen erarbeiten, die zur Verbesserung Ihrer Produktion, zu einer Risikominimierung und zu einer optimalen Anlagenauslastung führen. Sind Sie an weiteren Details interessiert? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen jederzeit gerne für Fragen und Unterstützung zur Verfügung.